50 im Schwimmbad heute ist es heiß gehen wir ins Schwimmbad? hast du Lust schwimmen zu gehen? hast du ein Handtuch? hast du eine Badehose? hast du einen Badeanzug? kannst du schwimmen? kannst du tauchen? kannst du ins Wasser springen? kannst du ins Wasser springen? wo ist die Dusche? wo ist die Dusche? wo ist die Umkleidekabine? wo ist die Umkleidekabine? wo ist die Schwimmbrille? wo ist die Schwimmbrille? ist das Wasser tief? ist das Wasser tief? ist das Wasser sauber? ist das Wasser sauber? ich friere das Wasser ist zu kalt das Wasser ist zu kalt ich gehe jetzt aus dem Wasser 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 ich gehe jetzt aus dem Wasser